alter die mucke macht die bloß leise verbindet er mir immer noch nicht hier ist ja die steuerung viel besser so wie ging mir noch mal die map aus ach deswegen fehlt mir was was fehlt dir gratis hab ich doch eigentlich alle installiert oder ich versuch mal selber was zu erstellen ne ne treten wir mal jetzt bei ich zeig dir alles ich kann ja nicht beitreten ja irgendwie musste der konsumieren ja 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 Hast du Mods mit drauf genommen? Nein, nicht Mods, sondern DLT. Warte, ist das? Bei mir zeigt er... Ura... Ura... T... Ausrufezeichen... Ura... Ich verstehe kein Wort, von dem was du da gerade redest. Bei mir sind ein paar Ausrufezeichen. Sprich, dass ich mich mit dem Server nicht connecten kann. Weil da halt was fehlt. Äh... Na ja, dann erstell du. Was wollen wir machen? Bei Nullbeginn? Nee, nicht bei Nullbeginn. Wo denn? In der Mitte, in der Startenritte geht. Nein, nein, Schau... Was geht ab? Manuel! Was geht ab? Was geht ab? Ja... Finde ich so hotzer, Alter. So... Mal gucken, ob du dich jetzt connecten kannst dann gleich. Hallo. 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 Äh, René, wozu haben wir uns die Karte runtergeladen, wenn du jetzt die Raising Port Karte machst? Ach so, ja. Schlecht. Mach nicht. Muss ich halt nochmal runter. Alter. Kann ich denn die Karten überhaupt da hinstellen? R1 und R1. Manuel zockst du mit, oder was? Hat er auf jeden Fall vorhin gesagt, dass er mal zocken muss. Ja, jetzt hab ich aber gerade ne Runde Call of Duty gestellt. Das ist eine Fotze. So... Dann, wo kann ich jetzt das Spiel verlassen? Äh... Spiel pausieren. Da... Multiplayer erstellen. Ah nein. So... Wappadepäne. Die war hier nochmal. Alte... Alte Agrarlandschaft. So... Koffe, da schneit das denn noch? Weil Schnee ist abgebildet. Kumpel von mir, der zockt das auf PC und der kann auch die Jahreszeiten einstellen. Dass das da schneit und so. Julian, du Affe. Ach René, das geht doch ja nicht. Ach... Wir sind doch schon mehr kernbeindert. Warum? Man, weil du da viel mehr Mods hast als Icke. Du hast da so viele runtergeladen. Hier, ich geh grad... Du musst nur auf meinen Server dann gehen und dann mit Viereck auf Details. Und dann steht da, was du noch brauchst. Ja, weißt du, ich hab ich ja gemacht. DLT brauch ich noch. Von dir. Ja, also meine Liste ist ewig lang hier. Ja eben. Wir haben ja alle durchgearbeitet bei mir, was wir haben. Ja, du musst ja auch erstmal alle da stellen und so. Ja, ich kann bei dir jetzt auch nicht auf dem Server. Oh nicht? Nein, ich kann dir nicht beitreten. Weißt du, wie viel ich hier installieren muss? Ach nee, zähl ich jetzt nicht, Alter. Einfach über 100, 200 Dinger hier locker. Na ja, dann müssen wir uns jetzt abquatschen. Dann tun wir alle Mods nochmal deinstallieren. Alle, was wir haben und... Alter, ich deinstalliere jetzt nicht nochmal alle. Dann hau ich ja auch schon mehr bald ab. Dann brauchen wir ja auch nicht mehr zocken. Es ist schon ein Viertelzweil. Na ja, was machen wir jetzt so dann? Bei dir war wenig... Mama nochmal ruf bei dir. Also... Tu du nochmal erstellen. Ganz einfach. Am besten du machst dann ein Foto davon, welche du noch brauchst und die mach ich dann einfach raus. Ja. Dann mach ich jetzt hier... Anruf... Start... Wie gefasst ist es dich? Du hast nicht alle benötigten DLTs... Warum? So... Das sind einige Seiten, Darius. Hm... Ja, wir sind doch alle durchgegangen. So... Ich weiß nicht, ob du das lösen kannst. Oder hier einfach meinen Streamerinnen, da siehst du das ja. Oder? Du hast keinen Streamer mehr an. Dörfel, kapp ihn. Warte mal... Ah ne, das bringt ja auch nichts. Ich muss ja Fotos schießen, aber das macht sich scheiße. Das ist hier trotzdem nicht. So... 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 Ähhh... Das ist zu verschwommen. Bei dem Tatrien ab.... Oder warte du hast doch den Streamer an. Nee, einfach alle durch. Mach von allem ein Screenshot. Oh Scheiße. Na mach... Machen wir halt so. Hast du schon das erste Screenshot? Ja, warte. Muss mal hier die Qualität höher machen. Das ist ja hier schon mehr grad dicht in Stream So, ganz oben, hier noch ganz oben Okay Kann nicht sein, dass nur die roten die sind, die du noch brauchst Ja Ja, je weiter, bis zum nächsten roten Das ist aber ein Mod Naja Na ja, dann warte mal, mach ein Screenshot davon, dann tu ich mir die Mods installieren Ja, mach weiter zum nächsten Das findest du nicht Okay Nee, du hast ja jetzt nur eine Arme Ja, ich kann keine nehmen Eine rote, die hast du da oben verpasst Nee Wenn die, was das jetzt waren Das ist jetzt nicht so Ja Naja, wenn das nicht der John Lira war Ja, das hab ich jetzt wirklich schon Gut Nächste Das sind alles nur Mods, wie es aussieht, die muss ich dann einfach nur installieren und dann Ja, hab ich auch Dann schick mir mal die Screenshots, dann guck ich mal nach dem Mods Und dann... So, ich bin hier zu einfach raus Ich kann hier auch suchen Schick mir die Screenshots Dann nahe ich sie runter Ja, ich bin da Ein Cent wartet auf jeden Fall auch Schickst du mir die Screenshots? Ja, ich bin dabei. Manuel muss ja die Mots dann auch installieren, die wir installiert haben. Damit er bei uns mitmachen kann. Dann schicke ich dir auch die Screenshots, Manuel, dann installierst du die auch schnell, wa? Du bist so ein... also... hä? Hauptsache jeden Name kann man lesen, außer diesen roten. Ja, kann ich mir diesen... Ja, diesen beknackten roten kann man nicht lesen. Nee, ist gut. Wir spielen jetzt einfach ohne Mods, ich hab keinen Bock mehr. Doch, mit Mods. Ja, ey, jetzt muss ich... Ja, dann hau die Mods einfach raus und gut ist. Ich kann das ja nicht lesen. Kannst du das lesen auf den Fotos? Ich kann das nicht lesen. Ja, aber du kannst das doch gleich über den Stream raushauen. Ich mach das jetzt nochmal rin und dann haust du die Mods einfach raus. Ganz einfach. Jetzt hat den Server geschlossen. Aber die Beite kann ich ja lesen. Kann ich ja schon mal Manuel zum Beispiel schicken. Dann kann Manuel die Mods rufbauen und dann ist sie gut. Ja. 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 Scheiße. Boah, hat dein Server wie offen? Mhm, ich muss ja erstmal die Dinger rausnehmen. Was hat der? Ach, ne Strich oben. Ne, Jema bei Mods bin. Der ist doch wichtig, der Mod hier. Welcher? Der ist jetzt bei Ballentechnik. Ballentechnik sagst du. Ja, hab ich. Äh, der Ursus Z586. Ursus. Genau, die waren nicht, ne nicht. Die Ursus Dinger. Papariposus. Z586. Und hast du... Mal einfach über Suche. Buchstabier mal. U-R-S-U-S. 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 Nur Tabeck. Sehen. Und dann... Gibst du auch noch Ursus T127. Hier, ich hab gar keinen Plus mehr, fällt mir gerade ein. Alles klar und warum kannst du doch ein Online spielen? Läuft. Ich weiß nicht, was ich davon habe gekauft will, Mann. Oh, hab ich. Hast du diesen TE 127? Ja. So, dann mal weiter. Dann kannst du mir ja gleich mal mit den John Deere sagen. Wie der heißt. Buchstabier mal das mit den John Deere und dann... Alter. Ich muss kurz gucken, wie der richtig heißt. Ich kann das nicht richtig erkennen. Also ein bisschen... Ja, der ist... Den brauchst du nicht. Den brauchst du nicht. Den brauchst du nicht. Den brauchst du nicht. Nein. Och, Mann, ey. Jetzt muss ich den wieder suchen, Mann. Weil ich auf X gegangen bin. Was ist denn das doch für eine Scheiße hier? Ja. Digga. Wo ist der jetzt? Ab ihn. Hier. Oh, den halt raus. Na, hol dir doch schnell Plus. Manuel. Ey. Manuel. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So. Ähm. Oh, ja. Ah, das ist so hoch nicht. Was steht hier? Und die CD... Und... Wer hat es hier? Video. So, den hast du schon, gut, jetzt hab ich alle, oder du hast alle. Na dann guck ich mal nach, ob ich beitreten kann. So, warte, wieder steht. Ja, jetzt geht's. Ach, Hermoi. Manuel. So, kann jetzt jeder seinen eigenen Bauernhof machen, sagst du? Ja. Jod. Ah, lass gleiche Einstellungen machen und David. Ha? Lass aber die gleichen Einstellungen und David machen. Wieso die gleichen Einstellungen, ne? Ja. Na, da gibt's noch ein paar Einstellungen, die man so erstellen muss. Nur das einzige Problem wird werden, du kannst zwar deinen eigenen Bauernhof machen, nur... äh, ich bin der Einzige, der die Zeit regulieren kann. Ja, das ist so scheiße, ja. Ja, das war mein Volk, dass du die Zeit höher drehen sollst. So, akzeptieren hier. So, Einstellungen. Manuel. Einstellungen. Machen wir auf einfach. Okay. Einstellungen. Einstellungen. Aus, 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 aus. Aus, aus, aus. Aus, 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 klar. Wo willst du eigentlich so ein Froschwarzer eigentlich schon wieder hin? Ja. Bist du drin? Ja, bin drin. Ja, war das Speicherkarte? Ja. So, äh, da nehmen wir auf Einstellungen. Achso, hier rennst du mit R2. Mit R2, gut. Wie hoch der springt, Junge. Und wie schnell der rennt kann, holst du das Auto fassen? So, hier mal auf Einstellungen. Einstellungen. Und dann der dritte von rechts. Der dritte von rechts. Meinst du da? Wo meinst du denn? Na, du gehst auf Options und dann der dritte von rechts. Allgemeine Einstellungen. Spieleinstellungen. Nee, Spieleinstellungen nicht. Allgemeine Einstellungen. Achso, du, du, also okay, dann kann ich nur die Spieleinstellungen machen. Ja. Okay, na gut, dann nehmen wir auf Hof und Hof erstellen, dann machst du dir einen eigenen Hof-Name. Hof, da, äh, der Server-Admin hat noch kein, äh, Firma erstellt. Achso. Achso. Boah. Ja, warte, ich muss den Hof erstellen. Boah. Nicht im Ernst. So, mein Hof halt schon mal. So, einen neuen Hof verstellen, ich will dann, wie soll der Hof heißen? Wie mein Hof heißen soll? Wolle Petri. Wolle Petri. Wolle Petri. Manuel, wie soll der in dein Hof heißen? Ist er überhaupt nur da? Na, vielleicht holt er sich überhaupt hieß bloß. Ja, bestimmt. 1,2. Passwort. Passwort. Kann ich dir aber jetzt nicht sagen. Ja, stimmt. Ja, sag einfach, merke ich mir nicht. Sag nur irgendwelche, so eine Zahlenkombination oder sowas. Mach Vegeta. Was für ein Ding? Mach V. E. Hab ich. G. V-E-G-E-T-A. Richtig. Hab ich. Hier, Bausuf auch. Jawohl. Und dann gehst du auf den Hof beitreten und dann ist fertig. So. Dann hast du jetzt Geld, wenn du dem Hof beitreten willst. Ja. 1,25 Millionen. Richtig. Ja. Wie kann ich jetzt bauen? So. Jetzt gehst du erstmal ganz in Ruhe auf die Karte und Kieks lass mal dir die Karte an. Und dann suchst du dir einen guten Spot raus. Ich nehme mir gleich den Spot, wo wir gerade stehen. Wie teuer ist der? 134.000. Nehm ich den oder nehme ich den nicht? Ich nehme den oben links. Am Wasser. Welchen? Oben links. Wo Verkauf von Zuckerrohr steht da hinten. Ok. 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 Ich nehme, glaube ich. Bei der 1 und 2? Ja. Ich werde hier Feld 19, glaube ich, nehmen. Aber ich verliere komischerweise noch Kenia, es läuft. Na, du hast das noch nicht gekauft. Muss ich mir das Feld kaufen, damit ich dann darauf bauen kann? Na, du gehst auf die Karte. Hallöchen. Keine Arme aus. Ist Panze da? Nee, der ist nicht da. Der ist gerade nicht da. Hat er gesagt, wenn er wiederkommt? Nee, leider nicht. Wir warten ja auch noch auf ihn, weil wir mit dem Bauersuchfrau zocken wollen. Was wollt ihr mit dem Spiel? Bauersuchfrau. Ja, Mann, ja, Mann. Bauersuchfrau, Alter. Ja. Oh, yes. Ich sag dir, warte, ich bin jetzt nicht mehr. Ich will klatscht, was ich komme durch. Ich sag dir, warte, ich bin jetzt nicht mehr. Auf jeden, er kommt gleich. Ja. Aber wenn er gleich kommt, sag ihm, ich will noch fix rauchen. Jo, mach mal. Hast du schon was gekauft? Ich bin gerade auf dem Weg. Muss ich mir ein Feld kaufen, oder wie? Naja, nee, du kannst dir Land kaufen. Du gehst auf das Land drauf, auf den Bereich. Und dann, also erstmal gehst du auf die Karte, auf die große. Bei Option. Ah, bei Option. Ja. Dann hast du da die große Karte vorne. Und dann drückst du erstmal L3, dass das alles bunt da weg ist. Dass die Felder alle schwarz sind. Ja, habe ich. Dann gehst du mit deinem Mittelding da, auf da, wo du hin willst. Auf die 1 oder auf die 2. Mit R3 drückst du auf, auf Auswählen. Und dann steht da der Preis. Und dann drückst du dein Werk oben, oder auf nicht. Okay. Kaufen. Ah, hier ging der Shop auf, okay. Äh, okay. Wie kann ich jetzt kaufen? Habts ausgeweht? Äh, nee, mit Viereck. Mit Viereck. Mit Viereck. Mit Viereck. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Nein. Hä? Land ausgeweht. Dann... Da steht doch, denn... Du musst mir auch Kaufberechtigung geben, Darius. Ach so, ich musste das alles... Ah, hier 2 wäre klar. Äh... Das musste ich dir auch geben. Ähm... Lohnunter. Kaufen. Okay, Fahrzeuge kaufen, Fahrzeuge verkaufen, Fahrzeuge zurücksetzen, platzierbare Objekte, bla 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 bla. Mach bei alles. Dass ich diese im Recht hab wie du. Ja. Müsst du erzählen eigentlich. Nee, geht immer noch nicht. Ich verlass mal nochmal ins Jahr, aber... Äh, nein, nein. Ich hab dir ja grad direkt... Oder warte, ich muss speichern. Nur speichern, glaub ich. Warte. Hier steht Landschaftsbau. Felder erstellen. Kannst du eigentlich alles. Geh nochmal raus aus der Karte und geh nochmal rin oder so. Äh... So... Kartenübersicht steht da. So... Nee, kann nix kaufen. Du hast aber auch erst das Bunte weg gemacht. Ja, das Bunte ist weg. Wo bist du nur raufgegangen? Geh mal auf die 4 oder so. Geht nicht. Oder wie. Na... Guck mal an meinen Stream rin, siehst ja. Da müsst ihr ja auch 4 echt stehen denn, wenn ich kaufen will. Äh, will oder nicht. Warte. Warte. Ja, eigentlich müsste das denn da stehen, ja. Ja, siehst du? Ich verlass mal nochmal in den Server, vielleicht. Kann ich... Vielleicht... Warte, 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 warte. Bist du schon rausgegangen? Nicht rausgehen? Nee, nee, nee. Möchtest du... Ich geb dir mal jetzt Farmmanager. Ich glaube jetzt hast du wirklich alles, was ich auch kann. Guck mal jetzt. Ob du es jetzt kannst. Aber damit... Ich glaub damit kannst du mich sogar kicken und bannen und sowas. Also nicht machen. So... Wie war das nochmal? Bunte weg machen. Jetzt kann ich's kaufen. Jetzt geht das gut. Ja. Beauty. Dann können wir jetzt loslegen. So... Shop... Shop ist auf Touchbett. Und wie kann ich... Ah, jetzt. Kann ich mir aber das Land nicht kaufen. Ein Land, besser gesagt. Ich hab mir ein Feld gekauft, aber das Land halt nicht. Ja, was um das Feld herum ist. Bis zu dem Weg halt. Kannst ja auch Land kaufen. Muss nicht auf die Felder drücken. Ich hab mir zum Beispiel nur das Viereck da unten gekauft. Ich hab noch nicht mal ein Feld. Stimmt, ich hab ja noch nicht mal ein Feld. Ja, toll. Jetzt hab ich schon mehr Scheiße dann gebaut. Warum? Du hast dann die 8 und jetzt kurvst du einfach die 2 noch dazu und die 2 oder die 1. Du kannst dann mit dem Landschaftsbau Option kannst du zum Beispiel ein Feld zu Asphalt machen oder so. Ach, sorry. Du kannst jetzt nicht so gestalten wie du willst. Muss nicht unbedingt dein Feld sein. So, jetzt muss ich erstmal kicken, was ich mir kurve. Also, die 30. Alter. So. Habe ich jetzt gekauft. Und jetzt sagst du, wie kann ich die Landschaftsoption machen? Jetzt dann auf Touchpad und dann ganz nach rechts wo die Schiffe ist. Touchpad? Ja. Ich bin immer nur auf der Karte. Nein. Raus da. Ja. Habe ich. Gut. Oh, den Rest musst du dir ein bisschen selber erkunden. Ich hab keinen Bock, dass dir die ganze Zeit alles verklebt. Nee. Nee. So, wo kann ich jetzt Asphalt machen? Kann ich hier. Hä? Da musst du, glaube ich, den Landschaftsmodus ändern. Oh. Der kostet mir aber alle die Eltern, Alter. Wirklich? Ja. Alter, das wusste ich noch gar nicht. Ja, weil das auch nicht dein Feld ist, oder? Doch. Das habe ich doch gekauft. Also leuchtet das Grün bei dir auf der Karte? Ja. Okay. Okay. Ah, jetzt tu ich die 8 hier gerade versauen. Egal. So, mal kicken hier. Ich muss auch erstmal den Landschaftsbau. Das ist doch auch so. Okay. Vielen Dank. Oh, fuck. Mal los. Ups. Ich hab was falsch gemacht. Außer sieh mal was falsch, ich drück. Puck. Kann man den Kreis nicht größer machen? Kannst du mit dem rechten Ding? Nein, hab ich gerade gesehen. Aber ist ja trotzdem nicht so groß. Oh, jetzt hab ich noch riesen Betonfläsche. So. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist mir durch alles voll gebraucht.